zu holen. Weil ich sage, heute reden wir auch von der Methodik, von der Anwendung des Wissens, dass wir hier Sport anbieten, dass wir versuchen, Unterricht anzubieten, wo die Herzen gereinigt werden. Weil das Wichtigste ist tatsächlich, ist der islamische Unterricht. Das ist das Wichtigste. Wieso kann ich das behaupten? Weil wir es selber erfahren haben. Wie viele Leute kennen wir, die durch islamische Dauer, die durch das Verständnis, dass sie sagen, ich lebe dieses Leben für Allah. Und irgendwann werde ich sterben und vor Gott stehen und verantwortlich sein für das, was ich getan habe. Und die die Liebe gewinnen für die Religion, für den Propheten, für den allmächlichen Gott. Wie viele davon sind zurückgekommen auf den geraden Weg. Aber warum? Weil man ihnen vermittelt hat, was der Sinn des Lebens ist. Ich habe die Menschen und Dschinn, sagt Allah in Suche 51, Vers 56, geschaffen, nur geschaffen, damit sie mir dienen. Dass du verstehst, dass wenn du Allah dienst, dass du dadurch ein glückliches Leben bekommst. Suche 16, Vers 97. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und dass du weißt, wenn du so lebst, dass du irgendwann das Beste kriegen wirst. Nämlich was? Das Paradies. Und vor der Hölle gerettet wirst. Wie viele kennt ihr? Und ich weiß, dass ihr viele kennt, die durch diese Worte auf den geraden Weg zurückgekommen sind. Die eine andere Perspektive bekommen haben. Die in ihrer Perspektive es jetzt nur den Bär machen, einen auf cool machen. In der Schule bin ich sowieso durchgefallen. Da mache ich jetzt einen auf Tupac und Notorious B.I.G. Aber die sind schon lange tot, 50 Cent. Und mache einen auf cool. Ja, es ist doch so. Der Sinn seines Lebens ist es, seinen Freunden zu erzählen, wie viele Telefonnummern er am Wochenende von Mädchen bekommen hat. Oder dass er irgendjemandem eine reingehauen hat. Und was weiß ich, ich bin ein starker Typ. Das ist doch so. Hat gar keine Perspektive. Der hat weniger Sinn im Leben als jemand, der den Islam gar nicht kennt. Weil er den Islam selber nicht kennt, sondern nur einen Namen hat, eine Facette. Mein Name ist Mustafa oder was weiß ich. Ist so. Das muss man den Leuten vermitteln. Aber hier siehst du den Fehler. Sport anbieten und so ist alles schön und gut. Aber das Wichtigste ist, dass wir diesen Menschen vermitteln, warum er lebt. Und das muss angeboten werden. Hier in den Moscheen. Alle in den Moscheen in München. Ich sage euch jetzt, ich garantiere euch. Guckt mal, ich komme nicht aus München. Ich garantiere euch jetzt. In München findest du höchstens eine Handvoll Moscheen. Allahu ailem. Vielleicht irre ich mich auch. Ihr könnt mich gerne berüchtigen. Wo Unterricht auf Deutsch angeboten wird, den jeder verstehen kann. Wie viele Moscheen kennt ihr? Einer. Zwei. Wer bietet mehr? Zwei zum Ersten. Zwei zum Zweiten. Drei. Drei zum Ersten. Drei zum Zweiten. Vier. Wo? Zähl mal die vier auf. Wieb nochmal neu. Vier. Ich habe nicht ganz mitbekommen, was er gesagt hat. Okay, ich habe höchstens eine Handvoll. Hat er da noch mehr? Das ist übrigens Rekord. München hat bisher den Deutschlandrekord aufgestellt. Takt mir! Ja, ich kenne keine Stadt, wo in vier Städten in einer Moschee auf Deutschunterricht angeboten wird. Und jetzt könnte man natürlich nochmal nachprüfen, wie das dort aussieht beim Unterricht. Aber okay, kein Problem. Das ist das Problem. Hier, das muss angeboten werden, damit den Menschen etwas vermittelt wird. Damit die Menschen etwas lernen. Und das ist leider, was die meisten verpasst haben. Wenn ich mir zum Beispiel ansehe, ja, in Köln, die TIP-Moschee. Dann guckst du dir den Plan an, was es dort alles gibt. Von Religion keine Spur. Integrationskurs 1, Integrationskurs 2, Integrationskurs 3, Integrationskurs 4, Integrationskurs 5. Kinderchor, Erwachsenenchor, Türkischer Volkstanz, Tanz, Folklore-Tanz, Instrumentalunterricht, Nähkurs. Ist es eine Tanzschule oder eine Moschee? Englischkurs, Entschuldigung, Englischkurs. Da fehlt nur noch der Hip-Hop-Kurs. Und Breakdance-Kurs. Das könnten wir doch einführen. Ein verführerischer Gedanke. Das findest du nicht mal in der Kirche. Wenn du dem Bischof erzählen würdest, wir bieten jetzt in der Kirche unten im Keller, machen wir ein bisschen Tanz. Dann kommt dann das Mädchen und dann mit dem Jungen, dann tanzen wir ein bisschen. Dann sagt er, hör mal, das können wir nicht machen. Das entspricht nicht unserer Moralvorstellung. Aber hier in der Moschee, Tanzschule. Unterricht auf Deutsch? Wo ist was auf Deutsch? Wo ist die Einladung für die Leute auf Deutsch? Ach ja, Entschuldigung. Ich habe etwas vergessen. Entschuldigung. Ich habe natürlich den Tag der offenen Tanzschule vergessen. Der offenen Moschee. Den habe ich vergessen. Schauen Sie mal, das ist unsere Moschee. Hier haben wir die Wand. Die besteht aus Marmor. Diesen Marmor, den haben wir aus Marokko oder keine Ahnung woher. Und das ist der Teppich, der hat 100.000 Euro gekostet. Und den haben wir aus, keine Ahnung, aus dem und dem Land haben wir den hergeholt. Ja. Das ist doch super, oder? Und jetzt haben wir auch leckere köstliche Speisen hier aus den orientalischen Speisen. Das ist was die Leute dann erfahren vom Islam. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das ist das Problem. Du hast das gesagt. Ich hatte eine andere Idee. Aber das hat fast alles zusammengefasst. Warum wir in dieser Situation sind, woran das liegt, dass viele von den Jugendlichen so weit weg sind vom Weg. Falsche Vorbilder. Zum Beispiel, also der Bruder hat gesagt, falsche Vorbilder. Welche Vorbilder? Bushido. Wer noch? Wer? Tupac. Immer noch. Wer noch? Was für Vorbilder? Was für falsche Vorbilder? Die Eltern. Die Eltern sind falsche Vorbilder? Boah, das ist aber traurig, ey. Falsche Freunde. Falsche Freunde, genau. Ja, genau. In Köln ist das beispielsweise so. Dann gibt es dann irgendeinen ganz harten Zuhälter, ne? Und dann fragst du dann in Köln-Kalk, fragst du dann die Jugendlichen. Von Way to Allah, die Brüder, die wollten damals, die haben, glaube ich, auch mit mir da ein Interview gemacht. Und die wollten Interviews auf der Straße machen mit Jugendlichen in Köln. In Köln-Kalk. Ich glaube, ich habe sie vorher gewarnt. Aber auf jeden Fall, Kalk ist ein Stadtteil von Köln. Jedenfalls, die haben nachher zu mir gesagt, nee, das war so katastrophal. Das hat alles übertroffen, was sie sich vorstellen konnten. Dann sind sie nach Wuppertal gegangen, haben dort Interviews gemacht. Das war ein etwas harmloser. Traumbuch, was willst du mal werden? Zuhälter. Ja, klar. Jeder Zweite, der da rumläuft, Zuhälter. Ist doch cool. Ja, klar, hier, da fährt doch der Bülent, ey, mit seinem dicken SL rum. Alle haben Respekt. Brown gebrannt von der Sonnenbank. Ey, das sind doch die coolen Leute. So möchte ich auch mal sein. Schöne Kabule, dann die dicke Mucke am Lauf. Ja, so sieht es aus. Das sind die Vorbilder. Und hier haben wir wieder das nächste Problem. Warum hat man falsche Vorbilder? Weil keine richtigen Vorbilder geboten werden. Das ist das Problem. Weil keine richtigen Vorbilder geboten werden. Wo werden richtige Vorbilder geboten? Im Islamunterricht. Das heißt, dass du ihnen erzählst, du bist nicht cool, wenn du kriminell bist. Sondern du bist cool, wenn du dich islamisch benimmst. Schau dir die Sahaba an. Schau dir den Propheten an und so weiter. Das heißt, Unterricht muss geboten werden. Deswegen rede ich heute darüber. Weil es ist viel wichtiger, ob ich jetzt für 100 Leute hier einen Unterricht mache, wo wir über Sahaba reden. Es ist viel wichtiger, dass man hier weggeht. Und dass in allen Moscheen in München, im Umland, solche Dinge angeboten werden. Hier geht in eure Moschee hin. Nehmt das, was ihr wisst. Und sucht Jugendliche zusammen. Lest Riyadu Sahin mit ihnen. Oder Geschichten über Sahaba und so weiter. Und die werden sich ändern. Und du wirst sehen, heute haben wir 100, 200. Ich weiß nicht, wie viele heute hier sind, wie viele Menschen. Vielleicht auch mehr. Hinten sitzen auch noch welche. Aber auf jeden Fall. Aber hier sind Tausende draußen. Wir freuen uns heute. Wir sagen, mashallah, so viele Jugendliche in der Moschee. Aber wie viele sind da draußen gerade irgendwo anders? Wie viele sind jetzt noch im Rausch am Liegen von gestern? Na okay, 5 Uhr, hört es langsam auf. Also werden wahrscheinlich alle wach geworden sein. Das ist das Problem. Falsche Vorbilder. Deswegen, jesakum locheram. Was gab es sonst noch? Geld, hat einer eben gesagt. Eben hat einer Geld gesagt. Wer hat Geld gesagt? Also die haben zu viel Geld, deswegen. Nein, das geht nicht um Geld. Das geht nicht um Bushido. Das geht nicht um Geld. Ja klar, aber die sind ja Vorbilder. Gut, jesakum locheram. Super, wenn wir zusammen reden, wir kommen immer mehr auf den Punkt. Und diese Leute sind ja die Vorbilder, weil die Geld haben, dicke Autos haben. Frauen hast du, glaube ich, auch gesagt. Das sind die Vorbilder, die haben es geschafft. Guck mal, wie können wir das beseitigen, dieses Denken? Wie können wir das beseitigen? Nur mit Islam. Deswegen, Frau Merkel. Der Islam ist die Lösung für diese Probleme. Oder Integrationsministerium oder was auch immer. Das ist es. Genau. Der hat falsche Ziele. Aber mit dem Islam bringst du ihm bei, dass das nicht das Ziel ist. Dass das Geld nicht das Ziel ist. Da bringst du ihm bei, dass der beste Mensch der Welt die Ziege selber gemolken hat. Auf einer Palmfasermatte geschlafen hat. Der Prophet Mohammed Frieden und Segen auf ihm. Dass er seine Schuhe selber geflickt hat. Das lernst du dadurch. Dass dieser materielle Reichtum keine Rolle spielt. Dass du nur das bekommen kannst, was Gott dir gegeben hat. Was Frauen angeht, okay. Da haben wir natürlich auch unter den praktizierenden Muslimen, so unsere Spezialisten, heute verheiratet, morgen geschieden, morgen wieder heiratet, dann wieder verschieben, da haben wir nochmal gehalten. Und dann heiraten wir noch. Ach ja, dann haben wir noch eine, die können wir auch noch heiraten. Ach ja, dann entscheiden wir die wieder. Dann haben wir am Ende 80 Frauen geheiratet. Ja, übertrieben jetzt. Ich übertreibe manchmal ein bisschen. Aber normalerweise sollte man ja in jedem Falle versuchen, ein bescheidenes Leben zu führen. Hat einer noch eine Idee? Deswegen fand ich das sehr gut, was du gesagt hast, Bruder. Ich fand das sehr gut, was du gesagt hast. Hat einer noch eine Idee? Bitte, Bruder. Ja, natürlich. Also wie man mit den Eltern umgeht, das ist ja eine Verhaltensweise in sich selber. Der Bruder hat gesagt, mit den Eltern umgehen. Aber das ist ja nicht die Ursache. Das hat der Bruder eben schon gesagt, dass die Eltern halt die Erziehung nicht so ernst nehmen. Bruder, du? Ich glaube auch, die Eltern erst, die wissen nicht die Gründe, wie für sie erlaubt, die überhaupt zu werden. Maschallah. Maschallah. Jazakallah. Der Bruder sagt, der Bruder sagt, dass die Eltern nicht die Gründe kennen, wann sie eigentlich hier leben dürfen. Und da hat er ein sehr gutes Thema angesprochen. Denn so weit wollte ich noch nicht mal gehen, aber eigentlich hast du recht, Bruder. Weil wenn man sieht, was die Gelehrten gesagt haben über den Aufenthalt, den Daul Kufor, dann ist das für die meisten Leute hier gar nicht erlaubt zu leben. Das muss man einfach so sagen. Das ist übrigens ein Grund, warum ich nach Marokko gehen wollte. Und das liegt daran, dass der Aufenthalt hier nur erlaubt ist unter verschiedenen Verdingungen. Erstens, dass man genug Iman hat und in Schahawet die Angebote werden zu bestehen. Zweitens, dass man genug Wissen hat und in Schahawet falsche Argumente zu widerlegen. Und dass man den Aufenthalt braucht. Wie zum Beispiel jemand, der nützlich ist für ein Islamistan zum Beispiel. Dass jemand hier hinkommt, um etwas zu studieren, danach wieder zu gehen. Oder beispielsweise jemand, der in einer Sifara Botschaft arbeitet und so weiter. oder zum Beispiel jemand, wie zum Beispiel Cheikh Uthaymin sagt, Rahimallah, der da lebt, um Dawa zu machen, um zum Islam zu rufen. Und das, was der Bruder sagt, ist richtig, aber auf der anderen Seite müssen wir realistisch sein, dass es so gut wie keiner schaffen wird oder dass weniges schaffen werden, so sehe ich das zumindest, wieder zurückzugehen. Weil die Leute völlig entwurzelt sind. Wenn jetzt der Jugendliche wieder zurückgeht in sein Land, der hier aufgewachsen ist, ist es vielleicht noch schwerer für ihn. Und er wird das nicht machen. Dann müssen wir zumindest versuchen, dass diejenigen, die hier leben, dass diejenigen, die hier leben, ein richtiges Islamverständnis gibt. Das heißt,